Zunächst gilt es, die Ursache zu finden, um nicht nutzlos am Symptom herumzudoktern, Wasser in Lagerungen in Händen und besonders an den Füßen sind unangenehm. Zunächst gilt es, die Ursache zu finden, um nicht nutzlos am Symptom herumzudoktern, Wasser in Lagerungen in Händen und besonders an den Füßen sind unangenehm. Du solltest in erster Linie abklären, ob nicht ein Herzproblem hinter den Beschwerden liegt. Kann dein Arzt nichts feststellen, so probiere unsere einwöchige Kur aus, Um das Wasser aus deinem Körper zu treiben, Ursachen für Wassereinlagerungen Zunächst gilt es, die Ursache zu finden, um nicht nutzlos am Symptom herumzudoktern, Kann dein Arzt nicht, sind deine Beine und Füße geschwollen, dann liegt das meist daran, dass du lange gestanden hast und die Venenpumpe nicht richtig funktioniert hat, das ist normal. Versuche, während du stehst, auf und ab zu wippen, um die Venenpumpe in Gang zu halten. Auch große Hitze führt zu Wasser in Lagerungen, da sich die Gefäße weiten und somit mehr Wasser einströmen kann, Eine weitere Ursache könnte ein gestörter Abfluss der Gewebeflüssigkeit, Lymphen, sein, wenn du etwa zu enge Strümpfe, Auch große Hitze, auch eine Thrombose könnte dahinter stecken und diese ist lebensgefährlich und gehört in die Hände eines Arztes, Herz, Leber und Nierenerkrankungen, sowie Adergien und Schilddrüsenfunktionstörungen können ebenfalls Wasseranlagerungen, Auch eine Thrombose könnte dahinter stecken und diese ist lebensgefährlich und gehört in die Hände eines Arztes, Herz, Leber und Nierenerkrankungen, sowie Adergien und Schilddrüsenfunktionstörungen können ebenfalls Wasseranlagerungen, Auch eine Thrombose könnte dahinter stecken, Um generell Wasser in Lagerungen zu verhindern, solltest du auf alle Lebensmittel verzichten, die Wasseransammlungen im Körper fördern. Dazu gehört nicht nur Salz, sondern auch Zucker, Kalium Deine Ernährung sollte besonders viel Obst und Gemüse mit Kalium enthalten, Kalium brauchst du nicht nur, um deinen körperigenen Wasserhisshalt zu regulieren, sondern auch für eine Richtung. Dazu gehört nicht nur Salz, sondern B B Insulin und ist wichtig für die Kohlenhydratverwertung und Eiweißsynthese Insulin und ist wichtig für die Kohlenhydratverwertung und Eiweißsynthese. Eine erhöhte Kaliumentnahme kann also den Blutdruck senken. Beeindruckend oder Viel trinken Viel trinken fördert einen guten Stoffwechsel und dieser wiederum sorgt dafür, dass der Körper ein ausgeglichenes Flüssigkeitsverhältnis hat. Das bedeutet also nicht, viel Wassereinlagerung, sondern exakt das Gegenteil, Lesetipp, was gegen Wassereinlagerungen hilft, bitte trinke nur Kalorien für Getränke wie Wasser oder Kräutertees, um nicht an Gewicht zuzulegen. Das bedeutet also nicht, viel Wassereinlagerung, sondern exakt das Gegenteil, Lesetipp, was gegen Wassereinlagerungen hilft, auch zum Entwässern gibt es hervorragende Kräutertees. Wenn du deinen Tee selber machen möchtest, Brennnesselblätter wirken entwässernd, zugegeben, er sieht weder appetitlich aus, noch schmeckt er besonders gut. Aber Medizin muss ja bekanntlich nicht immer schmecken, Brennnesseltee wirkt entwässernd und hilft, Wassereinlagerungen vorzubeugen. Es gibt in der Apotheke oder im Reformhaus die Blätter in getrockneter Form zu kaufen. Da die Brennnessel aber fast überall wächst, kann man sie auch selber ernten und über Kopfhängen zu Hause trocknen, je stärker der Tee, desto intensiver die Wirkung. Zur Entwässerung werden außerdem Bilkenblätter, Löwenzahn, Da die Brennnessel aber fast überall wächst, kann man sie auch selber ernten und über Kopfhängen zu Hause trocknen, je stärker der Tee, desto intensiver die Wirkung. Zur Entwässerung werden außerdem Die Flüssigkeitsmenge sollte mindestens 500 Milliliter betragen, gerne mehr, die einwöchige Kur, Mittagessen, Reis und Kartoffeln, sowie Quinoa und Hirse wirken durch den Hohn. Kombiniere Reis oder Kartoffeln mit Gemüse und Gewürzen, die den Stoffwechsel anregen und so ebenfalls entwässernd wirken können. Fenchel, Sellerie, Petersilie und Ingwer beispielsweise, achte darauf, kein stark salzig gewürztes Fleisch dazu zu essen. Wurst sollte tabu sein, denn sie enthält viel Salz. Ein schön gepfeffertes oder mit Kräutern gewürztes Stück Geflügel oder Fleisch braucht kein Salz, um lecker zu sein. Lesetipp, Tipps zur Vermeidung von Wassereinlagen. Wurst sollte tabu sein, denn sie enthält viel Salz. Ein schön gepfeffertes oder mit Kräutern gewürztes Stück Wichtig ist, weder Smotin noch Kräutertee mit Zucker zu süßen, die einwöchige Kur, Abendessen, ein frischer Salat mit entwässernden Zutaten hilft, auch abends den Wasserhöshalt auf Trab zu halten. Frische Salatgerke Wichtig ist, weder Smotin noch Kräutertee mit Zucker zu süßen, die einwöchige Kur, Abendessen, ein frischer Salat mit entwässernden Zutaten hilft, auch abends den Wasserhöshalt auf Trab zu halten. Frische Salatgerke Wichtig ist, weder Smotin noch Kräutertee mit Zucker zu süßen, die einwöchige Kur, Abendessen, ein frischer Salat mit entwässernden Zutaten hilft, auch abends den Wasserhöshalt auf Trab zu halten. Frische Salatgerke Wichtig ist, weder Smotin noch Kräutertee mit Zucker zu süßen, die einwöchige Kur, Abendessen, ein frischer Salat, Räucherfisch oder Räucherflösch, Schinken etc., da diese auch viel Salz enthalten.